So, Grüße aus Norabunga. Aktuelle Gartenbilanz mit der Sieß, ich tu was. Naja, andersrum gesagt, kann ich ja dann abarbeiten bei dir oder du bei mir. Da fehlen ein paar Äste, dass man da besser durch kann. Ich glaube, das Ding werde ich auch noch ein bisschen stutzen. Extra ein bisschen stehen lassen, weil das da Zeug ist, was so sauteuer sein soll hier. Wohl. Step-by-Step. Oh, ich höre einen Trecker an, weiß ich auch, wo Leon ist. Sixties und da oben sind wir gewesen und haben die eine Krone weggesägt. Ei, ei, ei. Aber egal, du bist ja nicht da. So. Ah, die Kübel. Keine Ahnung, da waren so Pflanzringe. Habe ich rausgenommen. Joa. Okay, ich mach mich mal fertig. Wir müssen ja gleich da woanders hin. Liebe Grüße. Tschüss.